Das war das Friedensangebot, wieder so, oh für mich, ahahaha! So, jetzt erstmal fischen. Norm, Norm. Ist so köstlich, wie ein Fisch aus fauligem Wasser nur sein kann. Aber erstmal Norm, Norm. Hast du gerade... Ja. Alter, ne Fisch. Hallo? Ich glaube es hakt. Schnauze. Voll in die Balls. Wir sind ja gerade romantisch hier am Angeln. Ehrlich mal. Also, rude. Ich habe mich gerade wieder mit meiner Frau versöhnt. Oh, Raketen-Munni. Sag mal. Das lässt du mal. Das lässt du mal. Ja! Jetzt klaut ihr mir auch noch meine Beute. Beute habe ich überhaupt nicht weggenommen. Ich merke schon, du willst wieder da weitermachen, wo wir letztes aufgehört haben. Au! 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 schi machen quatsch da steht noch ein container da ist nichts drin hallo geht die rampe hoch fast explodiert ich gehe wieder runter wird mich jetzt getroffen ach der fische geh ich mal holen joink 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 zwischenzeit höre nur wie munition verbandert wird und gegner schreien du hast also den spaß deines lebens ja so ich verpügel dich jetzt mit meinem rohr aufgeschaute aggression stampf ablassen ach ne noch so ein haienzieher so muss auch treffen mal das ist ja eins der schiffe ach ist schon weg ach geht oh nur noch der kleine popo engel mit der knarre mit schlechten textur so hast du mich immer früher genannt ja das ist auf mich so wo gibt es denn jetzt noch angelplätze hier nicht den hatten wir gerade hier auch nicht und was sie doch noch irgendwo angeln können der ist verbraucht ja ja ich wollte gerade sagen das schaffe ich aber nicht rechtzeitig okay okay dann gibt es hier jetzt erstmal in der gegend keine weite von angeln stellen das ist aber schön das ist einfach zu fünf kilometer weiter gekappt mit da hat gerade einer über die mauer gelunzt und dann als ich ihn gesehen habe da schnell weggeguckt wieder was ein idiot ja gut regeten moni hier gibt es noch mal fische also hier wir ber auf wo wo wir wo hier hier wo hier hier が Na, jetzt nimm die Regen-Money. Wer hat denn hier noch geballert? Sind schon weg. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Ahhhh! Reife Zeit! Der ist okay. Boah, die Sau. Hat er sich einfach angeschlichen? Wie hieß es doch? Es gibt Fische. Da gibt's Fische. Wie viele brauchen wir noch? Noch vier. Okay. Dann. Ich hab den neunzehnten Fisch erwischt. Das hast du doch geplant. So, und das letzte Bötchen schwimmt irgendwo da hinten. Die roten Segel sieht man schon. Hm? Wo? Da hinten. Getroffen! Von hier! Well, das war einfach. Ja. Ja, da laufen wir jetzt halt hin, denk ich mir so. Machen das ganz klassisch. Nö. Und du so, ja, nö, hat sich erledigt. Wenn du uns wieder dahin führst, wir verlaufen uns doch nur wieder. Naja, wir könnten aber, wir müssten, wir hätten eigentlich, hätten wir hier lang müssen. Und hier gibt's auch nochmal Loot. Eigentlich können wir das mal direkt machen. Oh, das hat weh getan. Ich hab'n Medikit gefunden. Hä? Wo? Hm? Hi. Wie der da noch so ewig geguckt hat. Hä? 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 So, ciao. Was ein Idiot. Sie sollen bloß auch wieder hochkommen. Sehr gut. Wow. So wow finde ich die gar nicht. Ich bin voll. Das ist neu. Hä, bleib doch mal stehen. Bist du kacke? Ja, hau dich ab, du Idiot. Hä, dauert echt ab? So, tschüss. So, Leri, wo willst du hin? Ich bin ein Grad wieder brüllen hören, tötet mich. Mann, den wollte ich hier mit der Schelle machen. Ach. Die Erziehungsmethoden sind doch veraltet. Oh, guck mal, was da runtergefallen ist. Hm? Oh. Oh! Ich hab... ja, Entschuldigung, ich leide an EMP. Möchtest du spezif... Was? Was möchte ich? Spezifizieren? Nein. Dann mach ich das eben. Das steht für Energetic Massive Punch. Ich seh ja noch ne Kiste, ob ich da von hier aber rankomme. Das ist die... Eine-Million-Euro-Frage. Das ist noch ne andere Kiste. Super, damit hab ich nicht gerechnet. Ah. Ja, danke dafür, dass du meinen Sprung abgefälscht hast. Bitch. Gut. Mach's doch alleine. Bitte. Ich wollt's ja alleine machen. Ja, dann mach. Jetzt muss ich aber wieder von vorne anspringen. Ja, komm, mach. Hör auf zu labern und springen. Okay. Mach ein Salto. Und Backflip. Nö. Ich lebe jetzt hier. Ich war hier auch noch nie. Und wie musst du mich jetzt mal hier umgucken, ob hier irgendwo was steht? Irgendwo was versteckt ist, ne? Hm. Wie kann... Wie kann man das Schiff hier ruf versenkt haben? Wo das Wasser bloß knietief ist. Wenn überhaupt. I have so many questions. Scheiß ist hier versteckt. So, nochmal von vorne. Come, Mr. Maliband, give me some Granata. Weißt du, so ein Rakaten... Äh, Rakaten, genau. Raketenwerfer auf so einen Gastranken? Boah, nix. Aber mit der Shotgun? Brrrr. Weil die halt auch ihre HP haben. Hm. Moment, und wie? Hä? Soll ich denn da hochkommen? Ach, da. Verdammt, ich sehe dich nicht von da hin. Es sind nur die Elektroschocken. Hey. Hm? Sag mal, sehe ich dich von hier? Müsstest du eigentlich? Na ja, fast. Genau über den Schädel drüber. Da kommt was. Oh, links an mir vorbei. Äh. Ist alles schwarz. Ich sehe nichts jetzt wieder. Oh, was ich jetzt sehen? Oh, hoppala. Ähm. Was ich jetzt sehen? Ähm. Bitte was? Ähm. Ich glaube, ich komme hier irgendwie durch. Ja, sehr gut. Na, was hat er denn gefunden? Nichts. Na, geh weg. Nein, nein, ist nichts. Ach, das hast du gefunden. Die Stapel habe ich schon gesehen, aber was da drauf ist, habe ich mir nicht ange... Nein, nicht, nicht, nein. Es ist nicht davon, dass er aussieht. Sind keine Zeitschriften? Es ist... Nein, das müssen wir nicht zensieren. So kurz, wie das zu sehen ist. So lieblos, wie es gemacht ist. Gucke ich mir lieber Brick nackig an. Wenn du den jemals nochmal so siehst. Gibt es auch ein Bild davon, oder was? Alles auf dem Ecke gespeichert. Mhm. Das Internet vergisst nicht. Pandora vergisst nicht. So, was haben wir sonst noch? Trashcoast müssen wir auch nicht... Wir können ja die Arena machen. Okay. Ach, das war da, wo wir schon mal waren, aber gerade nicht hin durften, weil... Wer hat gesagt, ist nicht. Ja, ist es anzunehmen, das ist das, was es ist. Und dann... Ab geht's. Jo, jo. Chuck Durden. Jetzt weiß ich nur, warum er Durden heißt. Ah. Hm? Nee, rede ich nicht drüber. Durden? Sagt dir der Name Tyler Durden was? Äh... Tab... Mh... Nicht, dass ich wüsste. Erste Regel von Mr. Popos Training? Hey Durden? Ich meinte, spricht nicht über Mr. Popos Training. Äh? Was hat das jetzt mit Durden zu tun? Ich verstehe es jetzt nicht wirklich. Ja, ich hätte jetzt auch gleich direkt sagen können. Das ist... Das ist, worüber man nicht redet in den ersten und zweiten Regeln. Ach so. Ich hab Feichtab nie gesehen. Ich auch. Aber darüber spricht man ja auch nicht. Heyo. Sag mal. Kind? Schnauze. So. Mit der Stange auf dem Hinterkopf. Lass das eine Lehre sein. Kleiner Rabauke. Alter. Ich seh nur die ganze Zeit zu fliegen. So ein XP. Zwei XP. Die werden umgemengt. Ich liebe diese Verdachtung. Wie könnte ich so viel Schwarzgeld dabei sicher haben? Ziel getroffen. Hier gibt's so viele Tappen. Das haben wir hier. Ziel getroffen. So. Erstmal wieder Sachen verkaufen hier. Äh. Lauf gut. Ich kann das Auto ja trotzdem mitbringen. Ach so. Na gut. Bring sie eben wieder mit. Ich weiß nicht. 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 Sie sehen. Zack. Hey, Chuck. Du glaubst, du kannst dich in der Arena behaupten? Du kannst mich jederzeit aufsuchen, wenn du dich in den Kampf stürzen möchtest und dir einen Namen. Liefere eine gute Show, dann erhältst du eine anständige Beleidung. Du musst nur überleben. Meine Begleiter müssen dich nur in Stücke reißen. Tja, wir sehen uns. In einem Stücke oder mehreren. To kill or kill be world. Na dann. Ah, interessant. Na dann. Schöne Arena. I think better. Geht's mal los? Müsste eigentlich, ne? Ich bin jetzt noch so lange erwartet, bis das Puckling wieder ist. Ich hoffe, man geht hier. Wenn ich jetzt hier rausgehe und die Tür geht zu, ne? Ich kann aber nochmal Munition aufrüsten. Die zwei Scheißsachen verkaufen, die ich noch unterwegs gefunden habe. So, jetzt aber. Geht doch. Puck. Puck. Danke. Okay? Langweilig. Langweilig. Hat der nicht mal zum Aufwärmen gereicht? Chuck, deine Kumpel sind scheiße. Und tot. Paar, du hast da draußen wie mein feiger Bruder ausgesehen. Aber wir reden. Also bin ich dir was schuldig. Und jetzt die Leine. Nächste Runde. Hat man nicht genug bekommen. Dieses Mal werde ich sie mit einem Stock einstacheln, bevor ich sie rauslasse. Dann gehen sie auf den Erstbesten los, den sie zu sehen bekommen. Es würde mir wirklich leid tun, wenn du das wärst. Moment mal. Du bist es. What an asshole. Just bring it. And be sure they are not lame. Lass mich raus. Okay, wie hab ich das so gewollt? Oh. Du gehörst dein Arsch ist mir, Junge. Arschloch. Dich krieg ich auch noch. Tschuldigung. Mein Arsch ist oben. Oh, der Kindergartenclub ist auch schon wieder da. Ach, der Tiergartenclub. Hier, Medikit. Naja. War schon anspruchsvoller. Aber immer noch nicht so das Wahre. Nee. Tschuck. Nächstes Mal werde ich den Stock in Brand setzen, bevor ich sie damit anstachele. Oder ich muss noch etwas bessere Bauschau halten, wenn sie mit einem Faulenster wie dir nicht fertig werden. Hier ist ein Geheld. Das war's. Dieses Mal hast du überlebt. Okay. Das war's. Dieses Mal hast du überlebt. Dafür sollte ich dir Respekt zollen. Aber ich wette gegen dich, denn ich weiß, was dir bevorsteht und es wird ziemlich unschön. Wieso? Ist deine Mutter der nächste Gegner? Meine Mutter ist tot. Ich weiß. Ich weiß. So, bring it on. Ist die Tür schon zu? Ähm. Die Tür ist noch nicht zu. Nee, doch nicht. Ähm. Hast du dann... Hast du die Mission wieder aktualisiert? Alter, wehe. Oh gut. Okay. Das wär's jetzt gewesen. Du gehst... Du gehst raus. Das ist einfach so dämlich. Äh. Äh. Hey. Von dort kommen die. Die kommen jetzt von den Seiten. Au. Pisser. Ich krieg die auch noch. Zack. Zack. Au. Stop. Hitting me. Bastard. Und... Und... Oh, fuck. Fuck. See you going. Oh, fuck. Hey, they didn't have a new inventory. Oh, fuck. Immer noch irgendwie zu einfach. Ja. Super, damit habe ich nicht gerechnet. Hm. Hm, tja, hm. Okay. Hm. Also wenn er jetzt nicht noch eine Bonusrunde im Fatto hat, dann war das echt schwach. Aber da hinten liegt noch was. Ui. Na. Jetzt brauche ich keinen Arzt mehr. Ja, du brauchst keinen Arzt mehr, aber die brauchen dafür wahrscheinlich einen Bestatter. Jo. Jo, jo. Kann hier mal der Hausmeister kommen und mal durchputzen? Sehr gut. Ey, Chuck. Tja, ich habe dich unterscheid, Fremder. Deine Art gefällt mir. Verdammt, du kannst nicht weiterkämpfen. Du verschleißt meine Begleiter zu schnell. Hier ist dein Gewinn. Man sieht sich. Was ich heute verschleißen werde, ist Briggs' Arsch. Ich habe den immer noch nicht verziehen. Rocket Launcher, Schaden 495. 90. Äh. Plus 300% Feuerstoßanzahl. Vierfacher Giftangriff. Hm. Der Spread Rocket? Bei mir heißt der Kobalt Rocket. Schau mal machen. Stolpermine. Okay, endlich Upgradex können wir nicht kaufen, weil die wir an sich schon haben. gut. Gut. Das ist das. Tja. Wie machen wir das hier? Gut. Und, ach ne, weißt du was? Weil wir fast am Ende der Folge sind, bringen wir erstmal die Quests nach New Haven. Okay. Das ist auch nur eine einfache Station. Hä? 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 So, scheiß Laden. Äh. Hier. Wir können noch teleportieren, aber wo ist da der Spaß? Aber komm, die Kiste nehme ich heute nochmal mit. Und natürlich ist nur Scheiße drin. Gut. Danke. Danke. Hier kommt aus dem Boden gesprungen. Ich bin so ein Gärtner. Danke. Keine Rags? Krass. Ich hab mir schon gekuckt. Hallo. Ciao. Ich glaub. Nö. Ist auch nicht mehr. Chance vertan. Was denn jetzt? Wie wird's jetzt? Hä? Das hat ja recht lange gedauert jetzt das Laden. Ziemlich nicht. Doch, weil ich schon. Schön. Ich hätte jetzt Schwarzbildschirme und irgendwie so komisches Geretter. Hm. Hi Erik. Hi. Hi. Juhu. Hallo, Helene. Hi, Kleppi. Hier ist die Bezahlung für deine Dienste. Die Funkstationen sind wieder aktiv. Hoffentlich kann jemand anderes als die Atlas Corporation auf das planetarische Kommunikationsnetwerk zugreifen. Die erneute Verbindung zu den Nachbarsystemen wird sich sicher positiv auf die hiesige Wirtschaft auswirken. Ja, natürlich. Und eine beschissene Sniper. So. Äh. Da sind die auf Caps Lock gedrückt. Hat als ob man nichts am Spiel geändert. Hi, Claptrap. Frische Fische. Heute Abend gibt's ein Festmahl. Danke, dass du mir die hier gebracht hast. Hier ist das vereinbarte Geld. Leviathan. Als Raketenwerfer. Okay. Leviathan. 404. Hm. It rises. Hm. Warte mal. Ich mach das einfach mal. Ich rüste die mal kurz aus. Guck mal meine Kanone. So. Ich schieße einfach mal in die Richtung. Warte mal wenn ich nach oben schieße. Wenn ich so schieße. Auch nichts anderes. Die sieht nicht so geil aus. Ich schieße die Tanatos. Ja, Leviathan. Geh weg. Ciao. Bis Kacke. So. Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? iewedlekt zufällig wieder das Tor davor, oder? Welches Tor? Hier. Und wie geht's? Ja. Ach so. Äh, doch. Jetzt werde ich mal ganz kurz die Mod mit meiner vergleichen. Aufschlag, Überlastung und Sturm hat er diesmal. Hm, Schaden gegen Magazingröße. Und ungefähr dieselben Skills. Schiffe versenken. Ich gehe jetzt erstmal bei Scooter ab. Ach ja, stimmt. Da war ja was. Achso, eine Trinkmütze? Ja, hat er. Cool. Schiffe versenken. Gut gemacht. Jetzt ist Schluss mit den Überfällen an der Küste. Die Banditen sind ziemlich einfallsreich, was? Man dreht ihnen für einen Moment den Rücken zu und schon hacken sie einen neuen Plan aus, wie sie morden können. Und wieder ein Rapid-Launcher. Really? Ja. Der hat ja nicht mal einen Affix. Ich gehe gleich verkaufen. Ja, ist die beste Idee. In dem Loot-Chest war auch nichts Tolles drin, nur ein paar grüne Pistole. Wir müssen nur mehr Kugeln verschießen. Genocide-Stumper. Hm. Jetzt machst du so schnell keinen Döner mehr. Hat er noch nie gemacht. Warte mal, steht da. Da steht eine Flasche. Er? Ja, der auch, ja. Wo bist denn du? Na, im Fahrzeugzeug. Ach so. Ja, gut. Ich würde sagen, wir beenden mal die Folge, ne? Ah ja. Da, da. Ah, Sternschnuppe. Ich muss mal abschießen. It's a shooting star. Genau. Also dann, äh, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye. Tschüss. Schädigungsanwälte. Tschüss. Schädigungsanwälte.